Like aber erst am Ende. Entweder spulst du nach vorne und dann guckst du dir das Video oder du guckst jetzt das Video und likst danach. Thema Fußball. Wer gewinnt? Was denkst du? Ich werde mich aufräumt, wenn ich weiß, gewinnt. Wenn sie gewinnen würden. Was denkt ihr, wer im Finale kommt? Dann, ach so, ja, ich habe ja noch ein Projekt, das ich jetzt starte. Titel, kann ich euch schon mal sagen, verletzte Hoffnung. Das Bild soll thematisieren. Krieg, Politik, der ist versagt. Die Hoffnung, die die Leute verlieren. Es wird vermutlich ein Kind, also ich will nicht viel zeigen, nicht schauen bitte. Es wird vermutlich ein Kind oder eine wahnsinnige Person sein, der da drauf sitzt. Es wird vermutlich ein paar Elemente haben, dass man die Länder erkennt. Jedoch will ich nur irgendwie den Fokus darauf bringen, hey, es war mal Weltkrieg und das war in Europa. Es war, Europa war involviert. Das sollte man auch nicht vergessen. Und das andere Punkt ist, das ist eigentlich meine Ausstellung. Wenn da das Bild verkauft wird, verlorene Hoffnung, nicht die anderen Werke, die haben nichts damit zu tun. Nein, muss kurieren. Sobald ich das Bild verkaufe, habe ich vor, die Hälfte, zumindest die Hälfte, zu spenden. An Orte, die es nötig haben. Wie jetzt Orte, die Krieg haben. Orte, die kein Essen haben. Ja, Armut besteht. Eventuell wird es ein Ort sein oder mehrere Orte. Das werde ich noch entscheiden. Am Ende noch, ihr könnt jetzt liken, ab hier würde es mir gefallen. Bis bald. Und, oh, checkt mal meine Webseite noch aus. AtelierLuri.ch AtelierLuri zusammenschieben. Und dann könnt ihr auf, oben steht dann Home, Shop. Shop ist derzeit deaktiviert. Original Werke. Wenn ihr auf Original Werke geht, dann bekommt ihr mehr Info über das. Dann könnt ihr ein bisschen Details durchlesen. Danke, dass ihr bis hier da wart. Bis bald.